um so wie er ist einmal ist er schützt und da haben die meisten Probleme die Freude die meisten User Fragen um wie man das denn jetzt macht dass er zum Beispiel steht Prozent dass man da jetzt verschillt ab und vor seinem Namen haben steht da das kann man da wunderbar einstellen bei ist ein Schildsjet und Prozent vorgibt es aber noch ein Chatradius dafür gibt es natürlich auch extra plugins aber warum wieder ein extra Plugin reinhauen wenn man das in Essentials hat mein Homeserver hat nur Essentials und Worldedit und Worldcard mehr nicht weil Essentials eigentlich schon alles bietet natürlich jetzt ausgefallene Plugins wie Bob Arena soll das bietet es aber Essentials bietet halt alle Grundlagen und dieser Radius ist dann halt dafür da wenn man zwischen 1000 eingeht und ich jetzt zum Beispiel Hallo schreibt dann kann in einem Radius von 1000 jeder mich hören wenn ihr jetzt aber 1001 entfernt seit dann erhöhte meine Nachricht nicht mehr und wenn das halt auf null stellt hören das alle und auf 1000 wie gesagt und jetzt kommt einmal diese Chatsache hier gibt es jetzt einmal diese ganzen Formate dann könnte man das zum Beispiel einstellen dass das funktioniert mit Rauten momentan ist das Format eingestellt dass das dann halt steht einmal den Display Name also mein Name und dann die Message wenn ihr das aber nicht haben wollt dann macht hier einmal eine Raute hin und hier eine Raute weg dann haben wir nämlich einmal den Group das heißt wie die Gruppe heißt zum Beispiel Admin dann der Name und dann erst die Message das gleiche gilt natürlich für hier auch dann könnte man das hier weg machen dann steht zum Beispiel der Weltname in dem man sich gerade befindet oder dennoch die Groups dazu ne also wie gesagt da kann man das dann halt alles einstellen so Essentials Protect ja hier haben wir zum Beispiel Alert wenn ihr zum Beispiel 10 Placed ich weiß nicht das glaube ich Lava 11 auch 46 ist glaube ich TNT und 327 keine Ahnung ach Lava Bucket da steht es sogar danke an das Essentials Team dann bekommt ihr halt im Chat so eine ganze Nachricht das heißt das sehen dann alle Leute ja wenn zum Beispiel dann TNT setzt da steht da Mamoshkas Placed TNT und dann Flame alle Leute und hey was machst du da und ne also so eine kleine Warnung für irgendwie Admins wenn ihr da irgendwie aufpassen müsst ja können natürlich weg machen wenn man das dann benutzt so wie die Lava Bucket da steht das auch nochmal ne also wenn man das benutzt oder setzt ich sehe da drin eigentlich keinen Unterschied aber nun gut oder wenn man das halt zerbricht wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie Eisen zerbricht dann kann man das auch hinschreiben ich habe jetzt keine Ahnung wie die Idee ist aber dann müsste man es halt hinschreiben so Md Blacklist ist auch soweit eigentlich klar wenn man jetzt zum Beispiel eines der Sachen ja macht ne darf man halt nicht so dann gibt es gleich nochmal mit Usage mit Break und Piston aha Piston so und jetzt kommen wir nochmal ja zu einer kleinen Einstellung obwohl WorldEdit WorldGuard hat es natürlich auch muss man halt doppelmoppeln geht nicht anders dann kann man hier halt einstellen Lava Flow False oder True dabei kann das eigentlich heißen darf man Lava setzen ja oder nein wenn ich jetzt zum Beispiel ja man darf Lava setzen man kann es so auffassen oder ja man darf Lava nicht setzen das heißt entweder False oder True das hat eigentlich keine Angabe halt muss man sehen äh was man da schreibt ich glaube jetzt True ist dass man das nicht benutzen darf oder doch auf jeden Fall lässt sich das super einstellen das heißt Lava Flow wenn sich jetzt die Lava verbreiten darf steht jetzt da False könnt ihr natürlich True hinschreiben dann darf sich das weiter ja verbreiten genau wie bei Water Bucket Flow wenn ihr jetzt da Wasser setzt mit dem Eimer dann äh verbreitet sich das wenn ihr es auf True stellt dann ist es glaube ich disabled so ist es glaube ich gemeint ja müsste so sein und Lava Fire Speed ist natürlich ja schon instant ausgestellt das heißt Feuer verbreitet sich nicht also ist es doch True ne wenn er es jetzt auf True stellt hier zum Beispiel dann verbreitet sich keine Lava mehr und äh genau so ist es bei den anderen auch Portal äh Creation wer es auf True stellt dann dürfen wir es nicht mehr machen TNT True Nein TNT Player Damage äh ja nö keine Ahnung äh Firebolt gibt es natürlich auch da gibt es nämlich diesen Befehl Slash Fireball und dann feuert jeder so ein äh Feuerball ab wie von diesen Gas aus der Hölle ähm Creeper Explosion ähm ich mach das eigentlich immer an das heißt äh ist an Player Damage ist auch an aber Block Damage ist True das heißt die Creeper machen keinen Schaden in der Umgebung das heißt die reißen keine Löcher in die Häuser aber machen Schaden also die explodieren laut und machen Schaden dem User also wunderbar eigentlich so und Ender Dragon Block Damage keine Ahnung ich hab den Ender Dragon glaube ich noch nie gesehen ähm ob der jetzt irgendwie auch da so Schaden macht oder irgendwas feuert da keine Ahnung aber ist natürlich jetzt auch schon mal ausgestellt könnte den eventuell auch vorlesen Enderman Pickup sofort auf True weil das der Typ zerstört die ganze Map ja das hatten wir öfters mal und das müssen natürlich auch auf True Villager Death wenn man die äh ganzen NPCs nicht töten darf muss man das halt auf True stellen ja und äh so geht es eigentlich weiter hier haben wir jetzt nochmal eine kleine Spawnliste äh was dann halt überhaupt Spawn darf False heißt in dem Sinne wieder äh ja es darf Spawn und True heißt nein es darf nicht Spawn ja also bisschen komisch ich weiß jetzt nicht ob das irgendwie äh an der deutschen Sprache liegt oder ob wir das falsch auffassen aber man kann ja eigentlich beides sagen ich hoffe ihr versteht meinen äh Gedanken auf jeden Fall heißt es zum Beispiel Chicken True das ist Chicken nicht Sport ja und so kann man das halt mit allen machen so gehen wir mal weiter ähm machen wir weiter hier Creeper ab wann die jetzt nur noch explodieren dürfen ab welcher Höhe ich weiß nicht das geht ja von 0 bis 256 ab jetzt keine Ahnung könnte man dann halt nochmal eine Höhe eintragen ähm hier kommt nochmal diese Protect äh Sache mit hinzu ob man jetzt äh ja hier Protect All Signs oder Science heißt das jetzt glaube ich ähm ja die werden Protected das heißt äh das nervt mich eigentlich immer wenn ihr dann halt irgendwo ein Schild in die Pala Pampa setzt dann kann das niemand mehr äh kaputt machen außer ihr selbst ja äh Essential äh oder LWC kann das eigentlich auch aber könnt ihr machen genau das gleiche gilt für Wales auch halte ich eigentlich nix von und äh ja gehen wir haben wieder ein bisschen weiter runter hier haben wir nochmal PvP ob PvP an ist oder aus jetzt ist gerade aus oder an je nachdem müsst ihr ausprobieren obwohl man das auch äh in den Properties einstellen kann so Lava Damage ja gibt eigentlich Fire Damage ja obwohl das eigentlich schon alles oben eingestellt ist so Lightning äh vom Blitz Bild äh 2 ja ja da kann man das auch nochmal ausstellen äh das Able Weather müsste man dann halt zu schreiben also das Able 2 ja wenn jetzt das Wetter dann halt ganz ausmachen wollt ja es gibt ja Madonna es gibt ja mal Blitz und es gibt das normalen Regen ja dann könnt ihr die ausmachen so äh wir sind eigentlich schon auch beim Ende das ging ja fix so 26 27 Minuten bin ich hier schon am Labern und äh hier kann man dann einstellen wie die Welcomes Messages ja also kleine Message of the Day äh ne Quatsch die kann man woanders einstellen auf jeden Fall steht ihr ach Quatsch was erzähle ich euch da das ist doch schon wieder lange nicht mehr aktuell die kann man nämlich ganz woanders einstellen ähm kann man doch nicht mehr ich bin glaube ich schon wieder vom falschen Dampfer hier könnte sie an zum Beispiel schreiben äh willkommen Display name also inzwischen willkommen Mamoschgas ähm auf dem Server dann steht das halt beim ersten Mal einloggen so äh Spawn Point Newbies ok und äh ja das war's soweit äh die Config ja das war ein langes Stück und wir machen jetzt weiter mit den Permissions bis zu den Comments so ähm jetzt gehen wir nochmal auf die Seite ich musste hier und auch mal die ganzen Comments zeigen äh es ist das hier jep ähm oder doch nicht ich glaube ich muss einmal da hin hier kann man einmal sehen äh die ganzen Comments und die ganzen Permissions ja ähm wie ihr seht es gibt ganz schön viele Comments das müssten die Comments so eigentlich sein ne genau das ist ein bisschen viel wie ihr seht ne und äh man kann da richtig viel wieder machen und äh zum Beispiel gibt es den Befehl Big Tree ja hier steht halt mal der Big Tree Befehl wie der Befehl lautet da könnt ihr zum Beispiel einen Baum pflanzen mit einem Stick zum Beispiel ja und äh dann müsste den halt so also da steht nochmal Beschreibung da steht zum Beispiel ein der Big Tree eingeben und dann haben wir nochmal ja eine verschiedene Möglichkeit ob das jetzt ein Tree sein soll oder jetzt so ein besonderer ähm und äh ja so sind dann halt alle kommen sie einmal aufgebaut und so könnt ihr dann auch nochmal nachgucken was es alles gibt da man kann natürlich nochmal Flash Help Ingame eingeben ähm aber ja gibt es nochmal Set Home und so weiter also die Befehle gibt es alle hier wenn ich sogar noch mehr und die Permissions seht ihr hier wenn ihr da wieder drauf klickt äh die ganzen Permissions gibt es ja ich glaub euer Mundwinkel ist glaube ich jetzt gerade noch und geklappt es gibt so viele Permissions also echt krank auf jeden Fall äh ja kann man die alle verwenden wenn man jetzt zum Beispiel dem User diesen Befehl geben will möchte